Hallo und herzlich willkommen bei TIP TAP TU. Hallo. Wir wollen heute mal, also es geht ja jetzt ganz in großen Schritten auf Silvester zu. Und dann wollen wir, was haben wir denn heute? Heute ist der 14. Ja. Der 14. Also es ist nicht mal zu lange hin, deswegen brauchen wir noch mehr Knaller. Und die holen wir uns heute. Genau. Und dafür werden wir jetzt hier auch mal auf eine Seite gehen. Wir wollen die nämlich mal online bestellen. Und zwar bei www.pyroland.de. Genau. Die Seite wurde uns empfohlen von den Zuschauern. Von den Pyromanen, die uns immer mal bei den Silvester-Videos unterstützen. Und jetzt gucken wir mal hier auf der Seite. Hier ist schon mal alles zu sehen, Pyroland. Hier gibt es Neuheiten, Batterien, Raketen, Sortimente, Leuchtfeuerwerk, Knaller, Zubehör. Das ist also hier für die Profis denn, ne? Bengal. Kann man dann die Zündschulverlänger? Ja. Oder an die Zündschul ganz viele ranhängen oder so. Wow. Dann gibt es, also willst du wieder was zusammenbasteln? Nein. Ich aber. Raus. Du, ne? Und dann gibt es hier was für die Bühne. Konfetti-Shooter. Halloween. Das ist ja vorbei schon. Blitzknall. Blitzknall? Die sind, glaube ich, immer gut, ne? Da fangen wir jetzt auch gleich mal an. Oh, siehst du. So, Blitzknall. Das finde ich gut. Black Wolf 16 Schutzfeierbatterien 6er. Klicken wir da mal rein. Das ist noch 117 Euro schon. Guck mal hier. Ui. Okay, wir gucken uns das mal an. Blitzknall. Was war das jetzt? War das schon? Ne. 417 Euro nur ein Schuss. Ich dachte. Ja, die ist cool. Die Batterie, ne? Ach so. 117 Euro? Du brauchst nur die. Eine reicht. Für den ganzen Abend. Wie lange schießt die denn? 16 Schuss. Ich finde, das ist wenig. Guck mal, wie schön die ist. Das war's. Okay, gehen wir zum nächsten. Ja. Guck mal, war die Neuheiten. Genau. Also, das war ja... Hey, wieso? Das ist auch gut. Warte mal. Das ist noch Feuerwerk an. Hier fangen wir jetzt an. Hier fangen wir jetzt an. Und zwar mit Feuerwerkbatterien, ne? Okay. Da. So. Zentanava. 49 Schuss und so weiter. Gucken wir uns das mal an. 49. 49 Schuss. Das ist so ordentlich. Die ist cool. Das hört sich doch nach Silvester an, oder? Das hört sich doch nach Silvester an, oder? Das hört sich doch nach Silvester an. Das hört sich doch nach Silvester an. Da schaut man überall. Ja. Okay. Okay. Also, bitte einmal in den Korb, in den Warenkorb. Da hab ich mich einmal verklickt und in den Korb. Genau. Und dann gucken wir mal weiter. So. Blackpain. Hört sich auch gut an, oder? Uh. Gruselig. Hier, was ist denn das so hier? Kannst du die mal abspülen, vielleicht? Das sieht so mal richtig cool aus. Wie hört sich interessieren, was das ist. Ja, genau. Von Pyroland. Achso, die haben eine eigene Marke, glaube ich, oder? Das ist das, ja. Cool. Die nehmen die. Das finde ich gut. Ja, ich finde das auch gut. Wie viel Schuss hat die Nummer? 49. Heftig. Ich finde das gut. Und vor allem vom Preis her auch. Ich finde die sowieso gut, diese Rumpsknall. Wie heißt das? Peng. Ne. Na, wie heißen die denn noch? Blitzknall. Das meine ich. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Nicht der Knall peng peng peng, ne? Ja. Also, ich wäre auch nicht drauf gekommen, jetzt auf Blitzknall. Mein Freund. Wir haben also jetzt hier im Warnkorb, hier oben steht da was? Was ist Pain? Ciantava und Blackpain. Ich glaube, das heißt Schmerz. Schmerz. Wenn ich das jetzt hier was Falsches sage, ne? Und was ist hier? Detonation. Detonation. Weiß nicht. Sag ich was gucken. Ja. Oh nee, die mag ich absolut nicht. Doch, die sind so laut. Oh, guck mal. Die zersprengen ja alles. Hä? Oh, nimm die mal bitte. Für dich, ne? Das erinnert mich an diesen kubischen, äh... Drei Stück? Nimm zwei. Nein, nimm davon, ja. Zweimal. Okay. So, dann gucken wir mal weiter. Ach, wir waren ja hier bei den Feuerwerksbatterinen. Ähm... Wieso sieht das denn jetzt alles anders? Ach so, wir waren vorher woanders, ne? Genau. Blackpain hatten wir. Konquisator, 16 Schuss Feuerwerksbatterie. Gibt's hier auch so mit mehr Schuss? Mehr als 16? Und wir hatten auch schon mal was... Jetzt gucken wir uns das mal an hier. Die ist auch cool. Hört gut aus, ne? Ja, sieht sehr gut aus. Blitzknall. Ja. Blitzknall. In den Korb. Ja. So, jetzt müsste ich nur noch mal lernen, wie komme ich denn hier wieder zurück jetzt zu der vorherigen Seite. Ähm... Zurück? Pfeile zurück vielleicht, ja. Ne, da. Feierwerksbatterie. Ach so. So. Und mit dem Auge. 13 Schuss. 13 Schuss Feierwerksbatterie. Ja. Da drunter ist auch... Die sehen alle so toll aus. Ja. Können wir alles nehmen? Ja, wir nehmen alles, bitte. Einmal alles in Warnkorb. Bam. Okay. Ja bitte. Echt? Ja. Warum nicht? Okay, wir haben jetzt hier im Warnkorb Sianava, Blackpaint, Detonation, Conquisitor und Icewater. Und? Nehmen wir nur Batterien? Nein. Ich würde sagen Batterien. Also ich finde das ja cool. Was denn? Krass. Hier, 49 Schuss. Phantoma. Gucken wir uns das mal an. Auch vom Pyroland. Das ist auch deren Marke wieder. Weiß nicht. Oder an der Seite. Oder ist es nicht? Von Wasserseite. Ach so. Das ist von denen jetzt. Das ist laut. Bestellen. Bestellen, bestellen, bestellen. Ja, komm mal machen. Nehmen wir das? Sieht nett aus. Schön, ne? Vieles Geräusch lustig. Guck mal, wie lang das geht hier, ne? Kann man hier schon sehen, dass das länger ist. Ja, das sind 49 Schuss, die dauern immer, ne? Okay. Einmal in den Korb. Normalerweise wären wir in den Laden gegangen, ne? Da kann man sich drauf verlassen, wie das auf der Verpackung aussieht. Ja. Und dann weißt du gar nicht, was du kriegst. Und hier kannst du das schon sehen. Stimmt. Das ist natürlich anders, als nur die Bilder zu drehen, ne? So. Okay. Wie sieht das mit dem aus? Wir können auch nicht alles unterhalten, ne? Können wir ein bisschen mischen. Wir gucken mal ein bisschen weiter runter, hier. Ja. Was ist denn das mit diesem Gesicht? Hass. 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 Ne, oben drüber schon. Was ist das für ein? Habe ich ja bei Hass gelesen. Ne, Hass. Hass. Das hier, Halut drehen. Ne, ich finde Hass besser. Das sieht so komisch aus. Was ist Hass? Das sieht verrückt aus. Das sieht verrückt aus. Ja. Halut drehen. Das sieht auch toll aus. Ich finde das auch schön. Knallt auf jeden Fall. Mit einem Blitzknall. Und? Können wir die auch bestellen? Nein. Ne, wir auch. So. Können wir das jetzt nochmal mit dem Hass angucken? Ja. Es würde mich aber interessieren, was das ist. 100 Schuss Feuerwerksbatterie. Oh, oh, oh. Alter. Das bildet auch dazu gut aus. Das ist ein Zombie. Hm? Ne, das ist eine Maske, glaube ich. Was ist denn? Ne, ja, was ist das denn? Was ist denn? Voll so wie die Würmer. Das ist cool. Nehmen wir auch, oder? Ja, die Geräusche. Ja. Ich fühl's das nicht. Deswegen 100 Mal. Das ist cool, oder? Weil sie 10 Mal viel zu wenig wäre. Ja. Wow. Ich. Jetzt sagen wir das schon. Steht noch weiter. Dann wirst du das mal zur Überraschung. Ja, genau. Sieht toll aus. War ein paar. Sehr gut. Ja, ich auch. Aber mit Hass hat das ja nichts zu tun, ne? Ja. Ne, aber es ist trotzdem... Guck mal, so dreieckig hier. Herz und Himmel, 31 Schuss Feuerwerksbatterie. Können wir uns das auch mal angucken? Ja. Ach, guck, kann ich schauen. Oh, hier hat man schon halt... Also ich krieg schon Silvesterfeeling hier, ne? Dieses ganze angucken hier, was man halt sehen kann. Ja. Die sehen auch total aus, diese Bombenkugeln da. Oder was weiß ich. Sieht aus wie so... Wie viel Lust, dass die in der Luft bleiben. Ja. So lange. Ja. Die ist doch auch cool. Wie diese... Wie diese... Wie ein Angry Birds. Kennst du diese drei... Diese kleinen Vögel, die sich so freifeln? Ja. Ja. Ja, ja. Okay, also... Einfach mit auf dem Korb. Einfach mit auf dem Korb. Okay. So. Dann gehen wir mal zu den Batterien zurück. Kassandra, 16 Schuss Feuerwerksbatterie. Mishimara, glaube ich. Das... Kassandra... Das... Was ist das für ein Bild? Hatten wir schon mal so viele Batterien? Das sah aus wie so ein... Vampir oder so, ne? Ey, sieht sich das da unten auch toll aus, aber ich glaube... So was ähnliches hatten wir auch schon. Guck da mal unten. Hier in der Laterne? Nee, da unten rechts. Nee, da unten rechts. Schon bei der Batterie. Meinst du links? Nee, da. Ja, da ist das. Das ganze gesprudelt von... Genau. Hier. Wo du gerade mit der Maus bist. Ja, und? Ja. Das sah toll aus. Aber ja noch nicht so, glaube ich. Da haben manche das auch, ne? Ja. Ja. Okay. Das gucken wir uns Silvester mal ganz genau an. Ja. Es wird ganz schön viel hier. 1, 2... Was haben wir denn hier? Wollen wir uns das doch anders anschauen? Ja bitte, komm das andere. 9... Lass mal Jugendfahre einfach gucken. Was sind Bombenrohre? Was sind Bombenrohre? Wie viele kommen denn hier noch? Viele. Ganz viele, mein Gott. Was ist das denn für ein riesen Kasten her? 65 Schuss. Bangkok. Kann man das mal angucken? 2 Minuten. Hä? Das hängt gerade ein bisschen. Ja. Ui, jetzt hängt das. Ist auch toll, oder? Lass es mal lieber noch was anderes gucken. Ja. Die anderen besser. Ja. Muss ich hier so sagen. So. Und was ist das hier? Feuerwerksbatterie. Pile. Pile. 21 Schuss. Die Schienen sind doppelt hier, oder wie? Scheinbar. Ne, dann. Sieht auch gut aus. Ja, sowas finde ich ja stark, ne? Ja. Und 3 auf einmal? Das ist eigentlich cool. Das ist richtig gut. Okay, warum mal nicht die Überraschung verderben? Nein. Das sieht aus. Das ist jetzt zu sehen alles. Ja, ich finde auch. Das ist ja vor allen Dingen... Vom Preis her war das auch genauso, ne? Vor allem, als die Lumenfarber gehen. Teenie-Tussi. Was ist das denn? Tussi. Das ist die Teenie-Tussi, ehrlich. Ach, sowas ist für Teenie-Tussi. Sieht auch schön aus. Es ist nicht genau das gleich. Nee, es ist ein Stern. Es ist ein Stern. Ja, ne? Das sieht so ähnlich aus wie... Hass. Hass, genau. Ja, wie Hass. 26 nach der 90. Das ist einfach nur extremer. Schneller. Nehmen wir dann auch mal mit. So, das Teenie-Tussi waren wir ja gar nicht gekauft. Ich finde den Namen ja so cool. Wollen wir uns jetzt doch alles noch mal angucken? Hm? Noch alles angucken, weil ich wollte eigentlich den Jugendfeuerwerk gehen. Mach aber bitte. Ey, das kam mit 16. Das sieht toll aus. Cool. Oh, hört das jetzt schon? Ah! Hört man jetzt schon. Jo, also das... Sieht toll aus. Das ist auch gekauft. Das ist immer richtig cool, ne? The Maze. So, gucken wir mal weiter hier. Wo waren wir hier? The Maze. Gibt da so tolle Sachen. The Maze. Super. So, 16 Schuss Feuerwerksbatterie. Die haben schon so viel von 16. Da 35 Schuss. Das andere. Kling mir das mal. 25. Bandit. Hier drunter. 21. Schau an. Bandit. Bandit. Mal gucken, wie das ist. Cool. Ist nicht so laut. Bumm. 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 Auch schön. Guck mal wie. Sieht auch voll aus. Schießt richtig im Takt. Stimmt. Hast du das schon wieder aufgenommen, oder? Ach, lustig. Ist auch von Pyroland, ne? Ich will den jetzt wegdrücken, weil wir müssen noch die Überraschung für den Schuss haben. So. In den Korb? Ja, bitte. Erst haben wir nur Batterien, ne? Batterien sind doch das Beste, oder? Ja, das andere geht doch auch. Einmal anzünden. Bangkok hatten wir das eben schon angeguckt. Ja, da war er schon. Big Helios. Ja, das ist gut schön. Wie süß ist es gelb? Nicht lieferbar. Nicht lieferbar. Vorstellbar. Äh, vorbestellbar. So. Mal da runterpummeln. Ach gut, jetzt weiß man auch, was der gelbe Punkt bedeutet. 100 Zippel. Was ist das denn? Ach so, ich guck immer nur hier auf den Titel. Aber die hatten wir schon gerade auch noch nicht. Ich dachte, das wäre das doch. Sicher? Ich glaube schon. Ich meine doch, das haben wir schon mal getrückt, oder? Black Wolf hatten wir schon mal. Ja, bei den Einzelnen. Ach so. Du warst im anderen drin. Okay, so. Also, ich habe mich jetzt hier so ein bisschen mit Unterstützung um die Batterien gekümmert. Ein bisschen. Und jetzt? Wer kommt als nächstes? Ich. Ich. Also, mach du so. Also, wir hatten hier gerade mal kurz einen Akkuausfall. Jetzt geht es weiter und ich weiß gar nicht mehr. Also, wir hatten die Schnellbeller D, Superbeller 2, Schnellbeller C. Genau. Und A. Wo haben wir jetzt A? A, B haben wir noch nicht. Ach so. Dann nehmen wir B nochmal dazu. Jetzt haben wir A, C, D. Und dann fehlt A noch. B, C. Also, ich kann mich daran erinnern. Früher, da habe ich auch ordentlich so eine Knaller gehabt hier. Ja? Ja, ja. Jugendliche haben auch Knaller. Böller. Im Moment finde ich ja diese Batterien richtig cool. Das sind zwei. Ah, das sind zwei. Wie kann man das einem weniger machen? Äh, musst du es auch im Warenkorb korrigieren einfach. Auf die Menge eins? Null. Nein. Ach, schade. Egal. Man kann das nachher im Bestellvorgang bekommen. Haben wir zwei davon. Genau. So, haben wir jetzt A, B, C, D. Ja. E, F, G. Wird das alles geliefert? Was ist denn da? Roter Corsal. Der Megapirat. Das hier? Oh. Sind das so eine Pfeife? Ich sehe sie nicht so, oder? Böller. Schwarzpulver-Variante. Schwarzpulver war ja echt empfehlenswert. Ja, pack mal. Testen wir die mal. Genau. Passt. Gut. Ähm. Dann gehen wir wieder runter. Explosion hier bei der D. Die haben wir ja schon jetzt. Die haben wir. So ein Schlag groß. Das kannst du auch noch machen. Oh nein. Die sind noch lauter. Und siehst du die? Da hier? So, die kenne ich auch von früher. Nein, 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 nein. Halt die Augen zu bringen hier erst. Mhm. Du darfst doch sowieso nicht. Papa muss dann nachher so mit Ohrschützern stehen. Genau. Genau. Ich auch. So, pass auf. Jetzt können wir nochmal kurz nach Pyroland googeln. Ja, genau. So, hier gibt es jetzt von Pyroland diverse Sachen. Für Profis, ne? Ah, Zünder mit Kappe. Zünder mit Kappe. Zünder ohne Kappe. Abschluss. Also, da werden dann die größeren Kanonen in die Luft gejagt, scherz ich mal. Mein Gott. Das ist ja für diese fetten Kugeln, ne? Das ist... Da. Hier, guck mal. Anzünd, letzte Zündschnur. 18 bis 28 Sekunden. 10 Meter. Mach mal weiter runter. Was ist das? Die ganzen Bengal. Bengal, die haben wir. Genau. Die haben wir auch. Die haben wir auch. Warte. Das haben wir schon. Achso, Bengalo auch. Und Blackpain haben wir unten drunter. Das ist eine Batterie. Ich glaube, die haben wir auch. Was ist das denn? Engalo rollen? Ja. Ganz so. Intensiver, farbiger und raucharmer Flammen. Klick mal an. Video gibt's ja auch. Oh. Okay, genau. Das sind die Dinge, die man in der Hand hat. Die Fackeln, ne? Das sind eine Fackel. Wollen wir was nehmen? War das Licht oder so? Hält eine Minute. Eine ganze Minute? Und dann entwickelt natürlich auch ganz viel Rauch. Nehmen wir auch mal. Nehmen wir auch mit. Aber es gibt auch welche, die nur Rauch entwickeln, ne? Das hab ich ja immer noch gesehen. Schau, warte mal. Warte mal. War das bei Pyroland durch jetzt? Oder ist noch mehr? Ich glaube, die waren bei Pyroland. Das, was du jetzt meinst. Diese Kugel. Ja, ich mein das war. Pyroland. Da, Rauch. Guck mal. Hab ich in Pyroland gesagt? Ja, wir wollten noch Rauch gucken. Powersmoke Blau, Powersmoke Gelb. Ja, also. Da würde ich sagen, die Dinger probieren wir auch mal aus. Das hab ich noch nie gehabt. Blau. Welche Farbe wollen wir nehmen? Rot, gelb, grün, blau, braun, schwarz. Ne, schwarz. Also blau, grün. Ich hab jetzt blau, gelb, grün. Ja. Und rot. Rot auf jeden Fall auch. Was ist denn hier? Rot. Das ist rot, ne? Ja. Und jetzt kann man die ganze Straße mit vernebeln, ne? Rauchgranate. Ja! Was ist denn das? Der Regenbogen-Rauchball. Rauchgranate. Ja genau. Irgendwie sowas. Hab ich auch mal gesehen. Mal auch noch? Ja. 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 Testen wir das mal. Ich find Rauch ganz cool. Wir werden die ganze Straße einwebeln. Warte mal weiter hoch jetzt wieder. Dann kommt da ein Auto und dann... Über den Rauchbellen. Rauchgranate. Ja, aber ein Rot-Blau. Rot-Weiß. Mach mal Rot-Blau. Bisschen Bangebot. Rot-Blau. Rot-Blau. Rot-Blau? Nimm von beiden ein mit. Ich glaub rauch und grün auch. Ach, grün auch noch. Hier da über. Und gelb auch. Ah, okay. Gelb auch noch. Und blau auch. Ja doch, wirklich. Rauch ist doch richtig cool. Und Weißbrot auch noch. Das hatte ich jetzt nicht. Das hier, ne? Mhm. Ich bin überlegt verloren gerade. Wie ist unsere Bestellung? Rot-Gelb, grün, blau. Das wird der Hammer. Echt, die sind richtig gut. Lass uns noch eins von drüben. Das da unten ist alles Tischfeuerwerk, ne? Können wir vielleicht mal so... Oder was ist das hier? Nee, auch so drauf. Ich bin unter dem im Bereich... Wo sind das? Können wir vielleicht noch was bei den Raketen mal gucken? Ja. So ein Raketen... Raketen? Sortiment, also so ein bisschen. So weiter nach der Raketen. Da gibt's gar keine Raketen. Wenn das alles abtaucht, da sind die... Warte, nehmt man da? Nee, guck mal runter. Guck mal, Baby-Raketen-Easy-Pack. 50 Mini-Raketen sind das. Oh süß, die haben wir auch nicht gehabt. 1,43? Klick mal an. Das ist ja cool. Hä? Ist da ein Video... Kein Video dabei? Schade. Ich möchte gerne zum Video-Mini-Raketen. Nehmen wir auch mal mit. Das ist 1,43. Ja, das ist ja ein Witz, ne? Das würde mich interessieren, wie das geht. Oder wie das aussieht. So. Und jetzt gucken wir nochmal für die Großen irgendwas mit... Guck einfach mal irgendwo... Ne, ja, gucken wir mal die mal an. So. Ah, schade, da wird nicht gezeigt, wie das aussieht, ne? Ne, ja. Vorstehnehm, einfach nehmen. Guck nochmal woanders, wo dir gezeigt wird, wie das aussieht. Äh, guck mal das an. Ne, auch nicht. Sechs Bommelkugelkopf. Ne, das ist bei den Batterien glaube ich, ne? Ja, genau. Hier, da! Stopp, stopp, stopp! Breslauer Blendfeuerwerk. Gelb, grün, da alle Farben. Okay, lass mal angucken jetzt. Die Breslauer Blendfeuerwerk. Ich würde sagen... Das sieht verdammt hell aus. Brauchen wir eine Sonnenbrille, ne? In der Nacht. Ja. Sehr hell, ja. Nehmen wir es einfach. Warte. Doch komm, jede Farbe einmal. Okay. Nehmen wir jede Farbe einmal. Die sind richtig cool. Ist grün? Äh... Weiter runter. Gibt's auch Schwarz? Oh, Schwarz wäre... Oh! Schwarz ist Blendfeuerwerk. Ist doch bloß. Das ist doch für den Sinn. Das ist ein bisschen schwierig, ne? Ja, nur ein bisschen. Okay. Na gut. So. Haben wir denn alles? Ich glaube, ja. Ich glaube, da sind wir schon ganz gut ausgesagt. Okay, ich würde sagen, mit dieser Silvesterbestellung sind wir gut. Oh Gott. Verjagen wir richtig gut die bösen Geister aus dem neuen Jahr und verabschieden das alte Jahr auch richtig gut. Oder? Haben wir einiges vor. Ja. So. Okay. Dann würde ich jetzt sagen, hier ab zur Kasse, ne? Ja. Das machen wir gleich mal. Bürokram. Ja, und wenn es da ist, werden wir es euch im Video zeigen. Wenn es da ist. Ja. Wie viele Kartons kommen hier an? Das weiß ich nicht. Ich glaube, so viel Platz haben wir gar nicht. Auf jeden Fall werden wir das Unboxing auf jeden Fall zeigen. Ja. Freue mich schon drauf. Und dann würde ich sagen, ja, bis dahin, ne? Ne, bis morgen. Ne, bis demnächst. Bis dann. Tschüss. 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 Es wird rausges Pikad